Ich grüße Dich! Wir haben den 1. Oktober und es wird wieder kühl draußen. Was gibt es da Schöneres als eine leckere warme Suppe? Heute zeige ich Dir eine Kürbissuppe mit Hokaido. Dieser Kürbis hat den Vorteil, dass man die Schale mitessen kann. Und die Suppe bekommt eine tolle Farbe und ist sehr lecker. Ich wünsche Dir viel Spaß mit dem Video. Ein Stück Butter erhitze ich in einem Topf, um mein Gemüse anzuschwitzen. Drei Möhren habe ich schon geschält und schneide mir nun grobe Würfel, die ich auch gleich in die Butter gebe. Dann habe ich ein Stück Knollensellerie, den schneide ich erst in Scheiben und dann auch in Würfel. Auch diese gebe ich sofort in meinen Topf. Eine Zwiebel in Würfel schneiden und auch in den Topf geben. Da ich später alles berühre, müssen die Würfel nicht sehr fein sein. Alles umrühren, damit mir nichts anbrennt oder Farbe zieht. Zwei Kartoffeln, am besten mehlig kochende, auch in Würfel schneiden. Sie geben meiner Suppe eine prima Bindung und machen sie sämig. Jetzt widme ich meine Zeit dem Hokkaido Kürbis. Das tolle daran ist, er hat viele Vitamine und schmeckt herrlich. Außerdem kann man seine Schale mit essen. Ich schneide die Spitze ab und halbiere ihn. Danach entkenne ich den Kürbis mit einem Löffel. Das kloppt wirklich super. Danach noch den Stiel entfernen und in Scheiben schneiden. Alles sollte in etwa die gleich großen Würfel haben. Dann mal wieder umrühren, nicht dass es doch noch was anbrennt, was ich auf keinen Fall möchte. Eine Knoblauchzehe und ein gleich großes Stück Ingwer grob zerkleinern. Ich würze meine Suppe mit Curry und Paprikapulver edelsüß, jeweils einen Teelöffel. Du musst dir das nicht merken, ich schreibe die Zutaten in die Videobeschreibung. Mit Wasser soweit auffüllen, dass alles bedeckt ist. Deckel drauf und ca. 15-20 Minuten leicht kochen. Nach der Zeit testen, ob das Gemüse weich ist. Das mache ich mit einem Messer, indem ich in das Gemüse steche. Ich werde mir noch ein paar Kürbiskerne anrösten, dafür stelle ich eine Pfanne ohne Öl auf. Jetzt abschmecken und mit Salz und schwarzem Pfeffer würzen, bis sie mir schmeckt. Die Suppe nun pürieren. Das geht mit einem Pürierstab sehr gut. Du kannst aber auch einen Kartoffelstampfer verwenden und zur Not auch mit einer Gabel. Die Kürbiskerne wenn und weiter anrösten, aber aufpassen, dass sie nicht verbrennen. Das kann schnell passieren, also immer ein Auge drauf haben. 150 Gramm Sahne zur Suppe geben und weiter pürieren. Wenn du die Suppe vegan haben möchtest, kannst du z.B. Kokosmilch verwenden. Das schmeckt auch sehr gut. Und immer wieder abschmecken. Das ist das Beste am Kochen, finde ich. Und bei Bedarf weiter würzen. Meine Suppe ist fertig und sie hat eine tolle Konsistenz. Jetzt noch mit dem Kürbiskern und Kürbiskernöl verfeinern und genießen. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Und Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.